Hallo, hier ist Jörg von MyDocDranat65 und heute geht es darum, wie man Hunde eventuell alleine lassen kann. Wir orientieren uns ja immer so gerne an Zahlen, Daten, Fakten und das ist immer die Frage danach, wie lange darf ich einen Hund alleine lassen? Und da gibt es ganz unterschiedliche Erkenntnisse und Meinungen darüber. Und diese Unterschiedlichkeit lässt dann auch schon vermuten, dass das Recht individuell gehandhabt werden sollte, nämlich auf die Bedürfnisse des Hundes abgestimmt. Aber ich will natürlich mit Zahlen rausrücken, wenn wir davon sprechen, einen Hund alleine zu lassen und der soll sich dabei auch noch wohlfühlen und nicht leiden, dann können wir davon ausgehen, dass das bei einem ausgewachsenen Hund, der daran gewöhnt wurde, vier bis sechs Stunden schon mal gut sein kann, auch regelmäßig sein kann. Allerdings muss immer kontrolliert werden, ob er sich wirklich dabei noch wohlfühlt. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass es um sehr junge Hunde geht oder auch sehr alte Hunde, dann sprechen wir eher von zwei Stunden. Damit dein Hund auch wirklich gut zufrieden ist in der Zeit, wo er alleine ist, ist es natürlich wichtig, dass die andere Zeit, also vor und nach deinem Weggehen, natürlich qualitativ hochwertig ist. Du solltest dich dann mit ihm beschäftigen, ihn auslasten und umso besser kann er das dann vertragen, wenn er alleine ist. Aber wichtig ist, dass du unbedingt bedenkst, dass du deinen Hund nicht einfach so alleine lassen kannst, sondern er muss unbedingt daran gewöhnt werden. Es gibt so einige Szenarien, die sind einfach ungünstig. Zum Beispiel, du schaffst dir einen Welpen an und nimmst dir extra Urlaub und bist die ganze Zeit mit deinem Welpen zusammen. Dann fängst du wieder mit deiner Arbeit an und urplötzlich muss der Hund sechs Stunden alleine bleiben. Das geht so nicht. Oder du bist sowieso die ganze Zeit zu Hause und hast viel Freizeit und beschließt jetzt aber, nee, ich werde mir meinetwegen wieder einen Job oder eine Tätigkeit suchen und werde dann wieder mehrere Stunden außer Haus sein. Und dann kann der Hund nicht mit und muss dann alleine bleiben. Und das darf nicht Schlag auf Schlag passieren, sondern hier musst du bitte planen und deinen Hund darauf vorbereiten. Dann wirst du auch keine Probleme damit bekommen. Denk daran, es gibt eine Reihe von Zwischenlösungen wie ein Tearsitter oder eine Tagespension. Also berücksichtige, es gibt eine Reihe von netten Menschen, die sich vielleicht gerne um deinen Hund kümmern würden in der Zwischenzeit, wo du arbeiten gehst oder weg bist. Es gibt Tearsitter, die das ehrenamtlich gerne auch sogar machen würden. Dann frag doch einfach mal in deiner Nachbarschaft oder in deinem Verwandtschaftsbereich herum und guck, ob du da jemanden finden kannst. Was du auf jeden Fall nicht machen solltest und als dauerhafte Lösung dir kreieren solltest, wäre die Idee, deinen Hund einfach mitzunehmen und im Auto zu lassen. Es ist selten so, dass die Temperatur in Ordnung ist, dass dein Hund sich da wohlfühlen würde. Auch kann er sich keine verschiedenen Temperaturzonen aussuchen und er ist da meistens sehr, sehr beengt. Das wäre meistens eine sehr ungünstige Lösung. Was anderes wäre es, wenn du deinen Hund mit zur Arbeit nehmen könntest. Sprich doch mal deinen Chef darauf an, ob das vielleicht eine Möglichkeit und eine Option wäre. Natürlich gibt es hier einige Dinge zu berücksichtigen, sodass sich zum Beispiel deine Kollegen auch wohlfühlen und irgendwie alles auch sauber bleibt und der Hund da gut integriert werden kann. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie du auch, wenn du deinen Hund nicht so gut alleine lassen kannst, das lösen kannst. Und ich wünsche dir ganz viele tolle kreative Ideen dazu. Das war's für heute. Tschüss, dein Jörg.